Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer weiteren Sendung von 5x5. Es ist die Nummer 11. Gerald, herzlich willkommen im Studio. Servus. Wir haben nicht den 11.11. Ja, es ist uns gerade aufgefallen. Wir hätten es noch ein bisschen verschieben müssen, dass wir es am 11.11. zu Faschingsbeginn machen können. Ja, aber da gibt es schon den Faschingsprinzen Babler, der hat das schon gebucht, wir sind zu spät. Aber auf der anderen Seite ist das Thema fast zu ernst für den Fasching. Ganz genau. Also ich würde sagen, das passt schon so. Wir haben uns zum Thema heute gewählt, dass wir eine Spezialsendung machen und weil wir eine ganz große Bandbreite an Themen haben, und zwar ein bisschen eine Liste, haben beide welche Sachen wir erzählen wollen, haben wir keine Detailliste gemacht, sondern wir lassen es fließen. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Aber es sind mehr, es sind mindestens fünf Themen. Ja. Lokal, regional, international, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftspolitisch in Europa. Ganz genau. Ganz ein relevanter Punkt. Gut, wir fangen an. Status. Status. Heute. Heute. Ich möchte mal beginnen mit einer guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir waren beide skeptisch. Ich war sehr positiv. Du warst noch ein bisschen skeptischer. Und Gott sei Dank ist das eingetreten. Gott sei Dank hatte ich einmal wieder recht, ein Glückstreffer gelandet. Ich schließe es aus, dass es noch zu einem größeren regionalen oder internationalen Konflikt wird. Dazu ist schon zu viel Zeit vergangen und es ist schon zu viel Diplomatie im Laufen. Und es wird jeden Tag Diplomatie gemacht und die Situation bessert sich. Was nicht heißt, dass sich die Situation vor Ort in Gaza bessert. Aber wir waren ganz knapp dran an einer internationalen Eskalation. Ich sehe das immer noch nicht ganz gelöst. Das können wir aber dann bei der internationalen Sache bereden. Genau. Ich glaube, dass dieses Risiko sehr wohl noch besteht, aus verschiedenen Gründen. Gebe ich dir schon recht, aber es hat schon schlimmer ausgeschaut. Die Israelis haben offen, also man erkennt ganz klar die Strategie der israelischen Armee. Die israelische Armee hat versucht, so viel wie möglich Menschen vom Norden, wo Gaza stattliegt, in den Süden zur Flucht zu bewegen, hat unten Wasserstrom Energie bereitgestellt, oben alles abgedreht. Damit haben sie gleich in den ersten 14 Tagen fast 600.000, 700.000 Menschen dazu gebracht, in den Süden zu flüchten. Und haben dann jetzt mit einer militärischen Zangenbewegung, auch von der Seeseite her, Gaza-Streifen in Wirklichkeit in zwei Hälften geschnitten. Sie haben, glaube ich, gestern oder vorgestern, haben sich die beiden Spitzen der Armeen vereint. Und jetzt ist der Gaza-Streifen de facto abgeriegelt. Die Israelis haben heute wieder einen humanitären Korridor von Norden nach Süden geöffnet und kontrollieren quasi, wer fließt nach Süden oder wer flüchtet nach Süden. Militärisch war ja nie eine Frage, dass die Israelis die überlegene Kraft sind. Es ist ja nur das Problem, dort dann nach Gaza-Stadt hineinzugehen und dort in einen Häuserkampf zu gehen. Und die militärische Situation ist binnen vier Wochen jetzt so, jetzt ist Gaza-Stadt de facto eingekreist. Und man geht jetzt schon in die Phase 3, glaube ich, wie es die IDF gesagt hat. Jetzt geht man dann hinein, noch nicht breitflächig, noch nicht on force, sondern eher mit Stoßtrupps und sucht gezielt die Plätze, wo man die palästinensischen Terroristen vermutet. Das sind die Fakten. Jetzt mal rein militärisch gesehen. Wie lange es noch dauert, bis ein Waffenstillstand kommt, ist auch fließend. Israel hat schon klare Bedingungen genannt. Also wenn wir uns an die ersten zwei Wochen erinnern, hat Israel gesagt, auf gar keinen Fall gibt es einen Waffenstillstand. Die Verbündeten von Israel haben gesagt, das hilft nur der Hamas. Der Rest der Welt hat gesagt, wir brauchen sofort einen Waffenstillstand. Und jetzt ist klar, die letzten Tage zuvor gekommen, und es ist auch die einhellige Diktion mittlerweile aus Washington und aus Tel Aviv, beziehungsweise zum Teil auch aus Europa, ein Waffenstillstand kann nur passieren, wenn alle noch 240, glaube ich, israelischen Geiseln, darunter 30 Kinder, darunter zehn Kinder unter zehn Jahren, was mich persönlich emotional am meisten berührt, freigelassen werden. Das heißt, das ist jetzt das Verhandlung, das Verhandlungsmandat, wobei ich jetzt noch als letzten Fakt leider Gottes einstreuen muss, ist, ich fürchte, oder sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich fürchte, von den Geiseln sind nicht mehr sehr viele am Leben, denn das internationale Rote Kreuz und der Rote Halbmond, den es da gibt, der noch in Palästina drin ist, durfte oder konnte noch kein einziges Mal zu den Geiseln. Wir wissen nicht, wie es ihnen geht und wie viele von denen überhaupt noch am Leben sind. Und jetzt ist die große Frage, gibt es dieses Faustpfand, haben Sie die Geiseln am Leben gelassen und sagen, Waffenruhe, dafür lassen wir alle Geiseln frei oder nicht, aber das können wir beide, oder das kann ich zumindest jetzt anhand von Fakten nicht verifizieren. Das ist einmal der aktuelle Stand. Viele meinen, dass das eigentlich nur ein Fortführen sozusagen der kontinuierlichen Repression der Israelis gegen die Palästinenser ist, dass die Zivilbevölkerung quasi auf die Art und Weise hier, auch wenn sie nur vertrieben werden, ich würde auch nicht aus meinem Zuhause vertrieben werden wollen, zu meiner Sicherheit, also ist es schon verständlich, dass das Leute aufregt. Aber ich sehe wirklich diese Schwierigkeit, dass eben von so einer großen Bandbreite von Leuten, und das ist auch nur meine Wahrnehmung, das Fakt meiner Wahrnehmung, dass einer ganz großen Bandbreite von Leuten, von denen extrem viele eher auf der linken Seite stehen, eigentlich jede Aktion von Israel in irgendeiner Form als Völkermord, als auch Terrorismus gegen die Bevölkerung gesehen wird und auch nicht im geringsten anerkannt wird, dass man das eine militärische Operation nennen könnte. Das ist sowieso ein riesen kompliziertes Thema, und das, was mir bei der ganzen Geschichte eigentlich so nahe geht, ist, dass ich halt der Meinung bin, ist, dass mehr oder weniger Juden und Araber dort gegeneinander ausgespielt werden von internationalen Kräften. Das ist immer noch mein Standpunkt, und ich will da gar keine Schuld zuteilen. Ich finde natürlich die Aktionen von den Terroristen als absolut unakzeptabel, und ja, es hat sich auch das israelische Militär, es hat schon immer geheißen, die schießen zuerst und fragen dann, wenn sie jemanden unter Verdacht haben. Aber ich habe auch, der einzige Punkt, warum ich sage, das ist halt so, ist, weil ich auch keine andere Lösung sehe. Ich möchte gerne zwei Dinge einbringen in diese Diskussion. Das eine ist eine rein pragmatische. Klingt zwar fürchterlich, aber genau das ist der Job eines Politikers, eines Staatsmanns, eines Regierungschefs, ist, er muss pragmatisch sein, er hat eine Aufgabe. Und was mir niemand von all diesen Israel-Kritikern und nach Frieden rufenden, und ich betone hier noch einmal, dass die meisten von denen, die jetzt nach Frieden rufen, es aus absolut guten und hehren Motiven tun. Ich halte sie nur alle für irrsinnig naiv. Faktum ist, es sind 1400 Menschen abgestachtet worden. Ein Schock für die Israelis, ein Schock, ähnlich wie jetzt 9-11 ist. Das Beispiel vielleicht insofern gewählt, weil viele sagen, 9-11 hat es so in der Form nie gegeben. Aber für die Amerikaner war 9-11 ein Schock. Wir wissen das beide, wir haben genügend Freunde drüben und waren oft genug drüben. Es war ein Schockerlebnis. Und das gleiche Schockerlebnis hatte jetzt Israel. Und jetzt steht eine Regierung und innerhalb von einem Tag waren alle politischen Zankereien, Zankereien nach hinten verschoben. Ich glaube zum Beispiel, dass Netanyahu das politisch nicht überleben wird. Also sobald der Krieg aus ist, ist Netanyahu weg. Aber später. Aber jetzt im Moment halten sie alle zusammen. Und ich glaube, die Menschen vergessen eine Alternative zu. Er hat gar keine Alternative. Er muss militärisch angreifen. Es verlangt das Volk von ihm. Er muss ein Zeichen setzen. Und wie du richtig sagst, es fällt da nichts anderes ein. Und das ist ja das, was mich so ärgert an der Diskussion ist, man wirft mir jetzt mittlerweile vor, ich bin ein Kriegshetzer, weil ich nicht nach sofortigen Waffenstillstand rufe. Und ich sage, er kann keinen Waffenstillstand machen. Es sind noch 240 Geiseln da drin. Er kann nicht. Er muss jetzt fortsetzen. Und jeder Staatsmann, jeder Regierungschef auf der Welt, würde in seiner Position das Gleiche tun. Deswegen halte ich das ja auch für so eine Heuchelei, weil oft Staatschefs nach Waffenstillstand und humanitären Pausen rufen, die aber selbst in der gleichen Situation genau das Gleiche tun würden oder tun müssten. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite, die ich einbringen will, ist, ich bin ganz bei dir mit der internationalen Verflechtung. Danke für das Wort. Man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, was war vor vier Jahren der größte, und ich werfe das unseren Medien irrsinnig vor, den westlichen Mainstream-Medien, dass sie in ihrem Hass auf Donald Trump das völlig unter den Tisch fallen haben lassen. Der größte außenpolitische Erfolg, den Donald Trump gemacht hat und der größte Fortschritt im Nahen Osten in Richtung Frieden, den es gegeben haben, gegeben hat, bis jetzt waren die Abrahams-Verträge, die ja darauf zurückgehen, dass die Völker Abrahams, und das sind Juden und Araber, sind ja miteinander verwandt, das sind alle Semiten, und das sind die Völker Abrahams. Und deswegen hat ja der Garrett, der Schwiegersohn von Donald Trump, diesen Namen auch erfunden, oder zumindest sein Team. Und unter diesen Abrahams-Verträgen hat es zum ersten Mal echte Friedensverträge zwischen Israelis und den Ländern im Nahen Osten und ihren Todfeinden gegeben. Und ich werfe der Administration Biden hier vor, ganz bewusst, damit man nicht das große Erbe Donald Trumps anerkennt, ganz bewusst verzögert zu haben, die Abrahams-Verträge fortzuführen. Und jetzt, gegen Ende seiner Amtszeit, kurz vor der nächsten Wahl, wollten die Amerikaner, sind darauf gekommen, hoppala, er braucht noch irgendeinen, nach all diesen Niederlagen, Afghanistan, Ukraine, im Nahen Osten gegen die Chinesen, überall hat er eine Niederlage nach der anderen vorzuweisen, die Administration Biden, und jetzt haben sie die Saudis gepusht. Und wenn Saudi-Arabien, und waren ja ganz kurz davor, einen Friedensvertrag zu machen, wenn Saudi-Arabien mit Israel jetzt einen echten Friedensvertrag geschlossen hätte, so wie Israel schon hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, so wie Israel schon hat mit den Ägyptern, dann wäre der Nahe Osten einem Riesenschritt näher gekommen. Und da gibt es jetzt genau einen einzigen Player, der damit isoliert wäre, das wäre der Iran. Und ich unterstelle dem Iran, dass er die Kettenhunde losgelassen hat. Und die Hamas wusste ganz genau, wenn Israel plötzlich in Frieden oder in eine Richtung einer friedlichen Koexistenz, die vor allem wirtschaftliche Verflechtungen hat, je tiefer diese friedliche Koexistenz geht, desto weniger Leute interessieren sich für den Lebenskampf der Hamas, die Israel auslöschen wollen und alle Juden umbringen wollen. Und je mehr die Araber sich daran gewöhnt hätten, mit Israel in Frieden Handel zu treiben und in Frieden zu leben und gegenseitig auszutauschen und auf Urlaub zu fahren, dann wäre das entstanden, worauf wir alle warten, nämlich endlich ein Frieden im Nahen Osten. Und das Gründungsziel und das Ziel der Hamas ist die Vernichtung Israel. Und deswegen bin ich der Meinung, waren hier verschiedene Interessen im Spiel. Der Iran, die Hamas, weil sie ihre Existenz bedroht sind und die Amerikaner haben es ehrlich gesagt verschissen, weil sie hätten es vor zwei Jahren schon machen können. Also das ist mein Zugang. Ich unterstelle ja den noch weiter nach außen gerichteten Verflechtungen. Und mit dem Iran stimme ich da übrigens zu. Ich glaube sehr wohl, dass der, der seine Finger im Spiel hat, auch wenn der Hisbollah-Chef gemeint hat, also der Iran, der hat nicht mitgewirkt, der war offizielles Statement. Der Kommutiv war offen, ja. Nein, 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 nein. Das war sein offizielles Statement. Ja, und ich habe vorher, wir haben mal drüber geplaudert, habe gesagt, ich bin mir sicher, dass keiner irgendeine Rolle auf den Iran einen Einfluss nimmt und an den Iran Interesse hat. Ja. Und mich würde es nicht wundern, wenn man das so betrachtet, dass man sagt, ja, das setzt die Amerikaner, wenn da irgendetwas passiert unter Druck, das soll er mal machen. Ich habe ein einziges Gegenargument und das kommt direkt von einem Chef der Hisbollah. Gleich am Anfang in der zweiten Woche des Krieges, als die Israelis begonnen haben, ihren Einmarsch vorzubereiten und die Ziele zu bombardieren, habe ich ein Interview gesehen eines arabischen Senders mit einem Hisbollah-Führer und die hat gesagt, wieso habt ihr da nicht koordiniert, hat sie das überrascht. Und dann hat sie auch den Hamas-Führer interviewt und der Hamas-Führer gesagt, um diese Art von Aktion durchzuführen, durften wir niemanden informieren. Ist natürlich die Frage, was die Waffen her haben, aber wir durften niemanden informieren und deswegen waren alle überrascht. Und ich bin heute viel positiver gestimmt als vor vier Wochen, weil vor vier Wochen wäre es wirklich unabsehbar gewesen und wir hätten in eine Kettenreaktion gehen können, wenn der Iran, wenn Hisbollah zuerst eingegriffen hätte, dann der Iran eingegriffen hätte, dann wären wir jetzt an einem Art Weltkriegsknapp-Szenario. Gott sei Dank, und da muss ich zum ersten Mal sagen, zum ersten Mal in den vergangenen Jahren hat die Welt bewiesen, dass sie noch rational denken kann. Der Westen hat aus meiner Sicht zum ersten Mal seit vielen Jahren etwas gemacht, was völlig richtig war. Wir haben alles, was wir an Militär zur Verfügung haben, dort unten mit der drohenden Faust aufgefahren, haben vor der arabischen Küste, also südlich der Türkei, den größten Flottenaufmarsch hingestellt, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Es sind fast 80 Kriegsschiffe dort, es sind alle Nationen dort, es sind die Deutschen dort, es sind die Italiener dort, es sind die Portugiesen, die Spanier, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner dort, die Franzosen und Amerikaner haben dort allein hunderte Hubschrauber und Flugzeuge aufgefahren und haben offensichtlich in einer diplomatischen Paralleloffensive den beiden großen Playern Moskau und China klar gemacht, ein Angriff auf Israel werden wir nicht zulassen oder wir machen mit aller Härte mit. Und interessant, da bin ich ganz bei dir, China hat sicher den meisten Einfluss auf den Iran und ich bin auch sicher, dass China diejenigen sind, die die Zügeln angezogen haben und Putin hat zwar gezündelt, empfängt die Hamas, aber Putin holt sich jetzt in aller Ruhe die Ukraine, die Ukraine ist weg und die holt es jetzt in aller Ruhe. Er zündelt unten ein bisschen im Nahen Osten, damit es noch ein bisschen köchelt, damit er oben in Ruhe quasi seine Agenda abarbeiten kann. Für den Putin ist der Konflikt da unten ein Geschenk. Ganz genau. Und die Chinesen haben, ich bin der Meinung, dass die Rolle der Chinesen komplett unterschätzt wird in diesem Konflikt, weil die Chinesen wollten nichts anderes als das Öl muss fließen. Und deshalb darf der Iran auch nicht eskalieren. Und ganz sicher war ich vergangene Woche am Samstag, glaube ich war es, weil angekündigt war von den typischen Vierpornkanälen, die es da gibt. Am Samstag steigt die Hezbollah in den Krieg ein, der Hezbollah-Chef gibt am Samstag ein Interview und in diesem Interview oder in dieser Fernsehansprache wird er den Kriegseintritt verkünden. Ich war mir auch nicht sicher. Und Gott sei Dank ist genau das passiert, was ich mir erhofft habe. Er hat schlimm gerät, er hat wild gerät, sie schießen ein paar Raketen hin, die Israelis schießen ein paar Raketen zurück, aber in Wahrheit hält die Hezbollah still. Und ich glaube, jetzt nach vier Wochen sagen zu können, die Hamas hat sich verkalkuliert. Ihre vermeintlichen Verbündeten halten still, haben sie eigentlich schon fallen gelassen und der Rest versucht das Ganze auf und es ist für jedes einzelne Opfer schlimm, aber trotzdem, es ist ein lokaler Konflikt geworden oder geblieben. Es ist nicht einmal regional geworden und schon gar nicht international geworden. Und ich gebe dir schon recht, es kann. Noch immer. Es ist noch immer Pulverfass. Aber die Lunte sehe ich nicht mehr so, die Lunte sehe ich schon dort hinten. Die Europäer und Amerikaner, Russen und Chinesen sind in ganz enger Abstimmung mit dem Abbas, dem eigentlichen Präsidenten der Palästinenser, der im Westjordanland sitzt und der verkündet hat, er hat nichts dagegen, wenn die Fatah, also quasi der sogenannte gemäßigte Arm, wobei man gemäßigt immer unter Anführungszeichen setzen muss bei solchen Organisationen der Palästinenser, wieder die Kontrolle in Gaza übernimmt. Und Abbas hat de facto schon gesagt, ja, dann übernehmen halt wir. Deswegen bin ich heute viel, viel positiver gestimmt, als wir das letzte Mal drüber geredet haben. Für mich ist da ein natürlich heikler Punkt, ist das, genau wie du richtig sagst, natürlich immer noch alle dort stehen und alle sprungbereit sind, weil der Putin hat seine Kampfjets herumfliegen, für die die Flotte kein allzu großes Problem wäre mit den Kinschall-Raketen. Ja, die Amerikaner haben ein Atomoboot aufgefahren, ja, ganz kürzlich, glaube ich, gestern haben sie das angekündigt. Normalerweise sagen sie nicht, wo die sind, also da hast du sicher recht, dass sie damit natürlich auch eine weitere Drohgebärde auffahren. Mittlerweile haben sie zugegeben, dass die 20.000 waren wirklich, ja, angeliefert worden, so wie man ja mehr oder weniger durch verschiedene Kanäle gehört hat. Also die Amerikaner haben sehr wohl ordentlich aufgefahren und ja, ist wahrscheinlich im Moment gut. Russland ist der Protektor von Syrien und sagt auch ganz klar, mit Syrien gibt es kein Spielchen, weil da sind wir dran. Ja, aber da hält sich Israel auch zurück. Ja. Es scheint so, als ob alle... Mich erinnert das an diese Gangster-Filme, wo alle plötzlich ihre Waffen ziehen und alle aufeinander und sagen, wer traut sich. Ja, fürchterlich, aber es ist so. Das ist ja genau so. Die sitzen alle mit gezogener Waffe da und jeder wartet darauf, was der andere tut. Ja. Meine große Frage, und da rückt man dann ein bisschen aus dem reinen lokalen Konflikt heraus, ist, wie halt sich das dann auswirken wird, weil ja einer der Gründe, warum bis jetzt da gerne da unten gezündelt wurde und sozusagen die internationale, ja, ich will da gar keine direkte Schuld aussprechen, aber sicher viele Leute, die gut Geld verdienen in den USA und mit der amerikanischen Waffen, gut Geld verdienen und wo es um die amerikanische Finanzmacht geht, waren ja nie unglücklich über die Konflikte im Mittleren Osten. Weil das die amerikanische Präsenz rechtfertigt, die amerikanische Kontrolle über das Öl, ja, als Schutzmacht sozusagen der verschiedenen Länder da unten, ja, und wenn das jetzt dadurch, dass hier China plötzlich eine große Rolle spielt, ja, wenn quasi diese, du nennst das immer diese neue multipolare Welt, wenn das dazu führt, und es hat ja auch, hat der, ja, was, ich glaube, der irakische Präsident hat BRICS, die BRICS-Staaten aufgerufen zu intervenieren. Ja. Ja. Also es gibt da schon diese Verflechtung auch, was macht USA in dieser Region und was machen die BRICS-Staaten in dieser Region. Aber ich möchte noch gern einen kleinen Schritt zurück machen, der aber dann genau dorthin spielt, wo du sagst, man muss das Ganze neben der geomilitärischen Situation auch mit der geoökonomischen Situation berücksichtigen. Und ich sage es einmal ganz brutal, ein Krieg kommt jetzt jeden in die Quere. Die Chinesen haben ein Riesenproblem mit ihrer Immobilienblase und ihrer Bankenblase und haben verkündet, sie müssen den Inlandskonsum pushen. Das heißt, China sagt selbst, wir müssen in den nächsten zwei Jahren dafür sorgen, dass unsere Menschen konsumieren, im Inland konsumieren. Konsumieren tust du nur dann, wenn du an keine großen internationalen Krisen glaubst. China hat kein Interesse daran, einen riesengroßen internationalen Konflikt im Moment auszutragen, weil sie ihre Wirtschaft stabilisieren wollen. Russland will in aller Ruhe die Ukraine erledigen. Das geht auch militärisch, ökonomisch an ihre Grenzen. Der braucht keine zweite Front. Der wird auch keine zweite Front aufmachen. Der hat in Ruhe zu tun mit der Ukraine. Die schnappt er sich. Es gibt nichts zu einem Diktatfrieden. Selenskyj wird weg sein. Der Osten wird der Ukraine kehren. Da könnt ihr mich jetzt festnageln und mir das in einem Jahr vorspielen. Aber heute in einem Jahr ist die Ukraine geteilt. In der Mitte gibt es einen 300 Kilometer demilitarisierten Streifen. Man wird darauf verzichten, die Ukraine, die NATO aufzunehmen. Dafür wird es Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union geben. Es wird eine Art Bestands- und Sicherheitsgarantie für den Rest der Ukraine geben. Und die Geschichte ist nächstes Jahr um die Zeit erledigt. Europa ist finanziell ruiniert. Steht am Abgrund. Hat überhaupt nichts zum Reden. Weder militärisch, noch finanziell, noch sonst irgendwas. Geht aber nächstes Jahr in die wichtigste Wahl. Und hat gerade neue Sanktionen ausgesprochen gegen die Russen. Das ist das Dümmste, was man sich vorstellt. Das ist unglaublich. Also was die derzeitige Kommissionschefin macht, ist, mir fehlen die Worte, aber die Druckreifenworte. Und der vierte Player von den fünf Playern, die USA, gehen in den Wahlkampf. Wie ich es gesagt habe, die Ukraine wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und sie haben natürlich all ihre Macht aufgeboten, aber in Wahrheit sind die Amerikaner so kurz davor, dass sie pleite gehen. Ich habe das lustige Beispiel in meinen Blog gebracht. Lustig. Es ist ein erstaunliches Beispiel. Die USA haben 205 Jahre gebraucht, um das erste Mal mehr als 1.000 Milliarden Dollar Schulden zu haben. 205 Jahre. Für die jüngsten 1.000 Milliarden haben es 32 Tage gebraucht. Die Amerikaner haben in den letzten, jetzt sind es glaube ich 37 Tage, also die 32 Tage haben die Amerikaner 1.000 Milliarden Dollar Staatsschulden gemacht. Es ist so unglaublich. Der kann keinen Krieg machen, der will keinen Krieg machen, der hat auch keine Waffen mehr, um einen Krieg zu machen, weil das haben sie alles in die Ukraine geschickt. Also das ist der vierte Player. Und der fünfte Player, das ist der Rest der Welt, da sind wir dann bei Briggs, die haben auch kein Interesse an einem Krieg im Moment an einem großen internationalen Konflikt. Aber es ist schon so, wenn du dir die Historie anschaust, ist eigentlich sozusagen die Weltmarktdominanz des Dollars und vor allem des Dollars natürlich im Ölhandel gestützt. Die ist weg. Das ist eine sehr gestützte Währungsdominanz. Aber das war einmal. Das gilt auch für den Euro, weil der Euro direkt da dran hängt. Genau, aber das war einmal. Und das ist richtig. Und da ist das große Risiko, dass wenn sich da wirklich der Rest der Welt abkoppelt und der Westen, EU, USA bleibt über, ich sehe das Risiko, dass das den Dollar und den Euro in eine massive Inflation hineinschießt. Rezession. Rezession, aber vor allem auch in Inflation. Ja, weil auch vor allem diese Möglichkeit, den Ölhandel im Dollar durchzuführen und damit die Dollarmenge auch sinnvoll macht, um diesen Ölhandel zu stützen, plötzlich nicht mehr da ist. Ich bin tausendprozentig bei dir und wären wir jetzt am Anfang der Administration Biden, der vier Amtsjahre von Biden, würde ich auch eine Eskalation von Seiten der USA unter dem Szenario als durchaus realistisch betrachten. Aber Gott sei Dank sind wir dort nicht. Wir haben nächstes Jahr Wahlen. Biden ist, wir haben unseren Schuljahren versprochen, dass wir immer einen aktuellen Glimps Richtung USA machen. Biden wird mittlerweile von seiner eigenen Partei gebeten, nicht anzutreten, weil er verliert Haushoch. Er ist in Arizona, der ein Swing State ist, der gewonnen hat mit drei Prozent Unterschied bei den Wahlen. 2020 ist er elf Prozent hinter Trump. Er hat fünf von sechs Swing States im Moment, wo er zwischen sechs und elf Prozent hinten liegt. Die Administration Biden kämpft darum, überhaupt irgendwie diese Wahl zu überstehen. Die Republikaner haben auch im Moment keine Lust, jetzt in einen Krieg zu gehen, wo vielleicht der Biden sich den Kriegspräsidenten aufspielen kann und wollen in Wahrheit den Sieg nach Hause führen. Und die Dems suchen verzweifelt, ob der Gavin Newsom antritt und ob man den Biden irgendwie überreden kann, dass er im Jänner zurücktritt. Wären wir am Anfang einer Administration, gebe ich dir recht, aber wir sind am Ende und in einem Wahlen machen die Amerikaner keinen neuen Krieg. Ich denke an meine Worte. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir auch und ich hoffe, ich erbreche. Es wäre nicht nur für die USA, für die USA zwar potenziell natürlich, auch wahlmäßig kann so etwas positiv wirken, es wäre natürlich das Risiko, dass sich das ausweitet und zu einem gravierenden Konflikt wird natürlich extrem groß. Und ja, ob ein wogges Militär in den USA überhaupt noch in der Lage ist. Aber ich habe gesagt, wir reden zum Schluss vielleicht über das Militär in Österreich. Das ist auch ein lustiges Thema. Aber ich glaube, dass da die Chinesen wieder, so wie die Europäer und Amerikaner dem Rest der Welt klargemacht haben, greift es Israel nicht an. Gehe ich davon aus, ganz sicher, dass Moskau und Kien und Peking gesagt haben, greift es den Iran nicht an. Wenn der Iran angegriffen wird, ist die Straße von Hormuz zu. Das ist das Erste, was verminen. Der Iran, das Erste, was er vermint, ist die Straße von Hormuz. Und würden die Amerikaner den Iran angreifen, geht Saudi-Arabien auf die Seite des Irans, weil das sind beides jetzt demnächst BRICS-Staaten, werden nächstes Jahr aufgenommen. Und das bedeutet, China wird seinerseits gesagt haben, die rote Linie, unsere rote Linie ist der Iran. Was die Israelis und ihr mit Gaza macht, ist uns in Wahrheit völlig wurscht. Da können sie ja reden, was sie wollen vor den Kameras. Auch die ganzen Führer der BRICS-Staaten, die dann noch irgendwelchen, wir rufen auf und Solidarität und wir müssen eingreifen, die stellen sich vor die Kamera und sagen das, was sie glauben, dass ihre Wähler hören wollen. Aber in Wahrheit haben sie bis jetzt vier Wochen lang nichts getan. Also glaube ich, dass das einfach nur leere Worte für die Kamera und für die eigenen Wähler sind. Aber so wie die Amerikaner gesagt haben, unsere rote Linie ist ein Angriff auf Israel, werden die Russen und die Chinesen gesagt haben, unsere rote Linie ist ein Angriff auf den Iran. Und genau deswegen glaube ich, weil wenn der Iran fällt, hat Israel ein Rieh oder auch nur das Öl ausfällt für Monate, hat China ein Megaproblem. Weil die kriegen wirklich ihr Öl von dort. Das ist also nicht nur aus den, weil die Pipeline von Russland ist noch nicht fertig. Die brauchen die Tanker, die regelmäßig Richtung Asien schiebern. Und wenn ich den Inlandskonsum hochhalten will, muss die Produktion laufen. Ich glaube, alles zusammen, wenn ich mir das globale Geschehen so anschaue, bin ich optimistischer als du. Wir werden sehen, ob ich recht habe oder nicht. Ich sehe immer diese breiteren Hintergründe oder ich versuche sie zu sehen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Ich versuche das zu sehen. Vor allem, weil ja diese Region schon immer eigentlich ein Spielball der Großmächte war. Und auch in diesem Fall aus meiner Sicht da wahrscheinlich irgendwelche Leute Stricke ziehen, wo wir keine Ahnung haben, was da vorgeht. Und ich war ja ursprünglich viel, weil ich eben gehört habe von diesen ganzen Vorbereitungen in den USA, dass die potenziell für die Ukraine gedacht sind. Und jetzt wurden sie verwendet, um sozusagen hier für Israel den Schutz aufzufahren. Okay, wurde das umgeroutet? Gab es da andere Überlegungen? Hat man sich generell vorbereitet? Hat man gesagt, wer weiß, wo es brennen wird? Ist es Ukraine? Ist es Taiwan? Sind wir lieber fertig? Schauen wir, dass wir unsere Truppen in Fahrt haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das ist mir natürlich... Diese Informationen habe ich nicht. Aber im Moment ist es so, dass der Truppenaufmach, den sie seit Monaten vorbereiten, ja, in den Mittleren Osten zeigt. Und ich kann erhoffen, dass es wirklich nichts anderes ist, als diese... Muskelspielen. Muskelspiel, ja, diese Pazituation, alle Zinnen und Volver, aber keiner drückt ab. Ich hoffe, dass das so ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, das Kalkül der Hamas war natürlich völlig klar, dass Israel aufgrund dieses barbarischsten Überfalls oder Terroranschlags, den es seit der Shoah gegeben hat, das muss man sich auch vorstellen, es gab keinen einzigen Tag seit der Shoah, seit der Vernichtung der Israelis durch die Nazis, gab es keinen Tag mit so einem hohen Blutzoll. Und ich glaube, die Hamas hat das ganz bewusst so barbarisch eskalieren lassen, weil sie gewusst haben, dass Israel mit allem zurückschlagen wird, was sie haben, weil er das musste, das ist einfach eine logische Kettenreaktion. Und die Hamas hat ganz bewusst ihre eigene Zivilbevölkerung in das hineingeschickt, hat es in die Tunnel versteckt, nur gewusst hat es vorhin oben die Bomben. Ich glaube nur, dass sie darauf gehofft haben, dass die Straße explodiert. Und wenn man jetzt ehrlich ist, und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, für den ich mich eigentlich oder wir uns alle genieren müssten, es gibt in keinem arabischen Land so große Pro-Palästina-Demonstrationen, in keinem islamischen Land, nicht einmal, also abgesehen von der Türkei, aber das war am Vorabend der 100-Jahr-Feier, also das war auch jetzt eine andere Anlass, der war ja geplant, diese Million auf dem Flughafen, auf dem alten Flughafen von Istanbul, aber in keinem anderen islamischen Land gibt es so große Demonstrationen wie in Europa und den USA. Die Londoner-Demonstration war die größte weltweit. Es ist unglaublich. Die richtig muslimischen Länder sind nicht, da sind nicht eine halbe Million Menschen in Kairo oder in Bagdad oder in Riad oder auf den Philippinen oder in Pakistan auf die Straße gegangen. Die meisten Demonstrationen pro-Palästina sind bei uns. Und insgesamt macht mich das auch wieder sehr viel optimistischer und man muss im Endeffekt auch stolz sein auf unser Land Österreich, weil bei uns in Österreich, ja, es gab ein paar Vorfälle, aber wenn ich mir anschaue, wie es in Deutschland zugeht, wo die unbehelligt durch die Straßen marschieren, nach einem Kalifat Deutschland rufen, mit den IS- und Daesh-Fahnen um und umschwingen und wenn die ganz offen Tod Israel rufen dürfen, der deutsche Staat ist wirklich machtlos und da muss man sagen, da sind wir ja froh, dass wir in Österreich sind, weil in Österreich ist der auch noch nicht wirklich eskaliert. Und insgesamt bin ich positiv überrascht, weil ich mir hätte vorstellen können, dass es viel, viel größere Proteste gibt in Folge dieses Krieges und jetzt nach vier Wochen können wir doch mit einigermaßen beruhigter Stimme sagen, es ist schlimm, es ist eine Katastrophe, wie weit wir schon unter Druck der Islamisten stehen, aber es hätte noch viel schlimmer kommen können und speziell für Österreich, muss ich sagen, bin ich eigentlich schon stolz, dass wir, obwohl wir ja in der Relation genauso viel Migranten und auch islamische Migranten haben wie Deutschland, dass es bei uns weitaus weniger radikal zugeht als Deutschland. Also das muss ich sagen, auch das stimmt mich jetzt nach vier Wochen positiver. Siehst du das auch so? Ja, ich muss sagen, in Österreich ist, glaube ich, generell ist er nicht so beliebt oder gesucht als Zuwanderungsland aus diesen muslimischen Ländern aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass unsere Sozialleistungen halt nicht ganz so herausragend sind, wie die in Deutschland sind. Nicht so verrückt mit Deutschland sind, sag's ruhig. Und das Zweite ist, dass natürlich es dort schon so große Gemeinden gibt und so große Regionen gibt mit einer primär muslimischen Bevölkerung, vor allem auch von jeder Region. Das heißt, du kannst aus einem bestimmten Land in einer Region Deutschlands ziehen und findest dort nur Landsleute vor. Das ist ein Riesenpult-Effekt, weil der geht nicht wirklich ins Ausland. Das ist nur eine andere Lokation, aber der hat dort genauso seine Sprache, hat dort seine Umgebung, die er eigentlich kennt. Und Neukölln ist exterritoriales Gebiet. Wer jemals in Düsseldorf oder in Berlin in Neukölln war, der weiß ganz genau, das ist exterritoriales Gebiet. Dort hat kein Mensch mehr Deutsch. Dort gibt es keine Schilder mehr oder kaum Schilder mehr. Und da hast du völlig recht. Mir fällt eine interessante Frage ein, die ich dir gerne stellen wollte, die ich nicht stellen konnte, weil du jetzt zwei Wochen auf Urlaub warst. Das kann ich dir kein Publikum stellen. Bist du eigentlich der Meinung, dass jetzt eigentlich die moderaten Muslime, die es sicherlich bei uns gibt, die einfach bei uns leben wollen, bei uns arbeiten wollen und die ihr Leben in Ruhe leben wollen, glaubst du, dass die jetzt eine Bringschuld haben, dass sie ihre Stimme erheben, weil wenn du derzeit in die veröffentlichten Medien, auch in den sozialen Medien, in die YouTube, Instagram oder wo auch immer hingehst, auch Telegram, was es da alles gibt, dann siehst du eigentlich nur die radikalen Muslime, die dir auf der Straße gehen, eine Machtdemonstration machen, die dem Autorität des Staates mehr oder weniger entgegenspucken und sagen, ihr könnt uns genau gar nichts, probiert es doch, ihr könnt uns nichts. Und mittlerweile sagen sie es ja auch in die Kamera mit vollem Gesicht und nicht verhüllt, sondern der schaut in die Kamera, ist Sozialhilfeempfänger oder Bürgergeld, wie es da draußen heißt in Deutschland und sagt mit vollem Bewusstsein in die Kamera, ich will hier ein Kalifat haben und es darf kein Jude hier sein und es passiert ihm gar nichts. Bist du der Meinung, dass eigentlich jetzt an der Zeit wäre, dass die moderaten Muslime von sich aus die Stimme erheben und sagen, das wollen wir nicht? Ja, das ist nicht nur seit jetzt erst, diese Pflicht aus meiner Sicht besteht eigentlich schon immer und besteht auch eigentlich in den Ländern, wo diese moderaten Moslems zu Hause sind. Die müssten dort genauso sagen, bitte schafft es diese radikalen Moslems ab, weil wir sind der Meinung, der Islam ist eine Religion des Friedens, auch wenn es Passagen gibt im Koran, die das nicht so sagen, deswegen sehen wir das trotzdem so, die wären verpflichtet, das zu tun zu Hause und natürlich sind sie es verpflichtet hier. Und der Hauptgrund, warum das nicht passiert, ist, weil die natürlich sehr wohl den autoritären Ansatz des Islam kennen und die genauso Angst davor haben, wie eigentlich ein westlicher Journalist, der mir irgendetwas Böses über den Prophet Mohammed sagt, dass der damit rechnen muss, dass er attackiert wird, und zwar körperlich. Und das haben natürlich Moslems, davor haben noch viel mehr Angst, weil für einen Westlichen ist das zwar ein Vergehen, aber sich gegen einen Islamgläubigen, der für aller kämpft, auszusprechen, ist auch ein Vergehen. Und da, ich glaube, diese Leute nicht Vertrauen haben, wenn sie sehen, wie die westliche Polizei mit diesen radikalen Moslems umgeht, haben die kein Vertrauen, dass sie von den Leuten auch geschützt werden. Wobei, darf ich hier ein bisschen den Anwalt der Muslime spielen, wenn ich mir anschaue, die Reaktionen der letzten vier Wochen im Nahen Osten, ist das schon bemerkenswert. Ja, die Revolutionsgarten im Iran haben wieder zur typischen Großgrundgebung aufgerufen, aber ich habe schon größere Grundgebungen gesehen, viel, viel größere Grundgebungen gesehen. Ägypten am Dachirplatz ruhig, mehr oder weniger ruhig, ja, nur man muss die Größenordnung sehen. Ägypten hat über 90 Millionen Einwohner, vielleicht haben es mittlerweile schon 100 Millionen Einwohner, die haben ja eine irrsinnig junge Bevölkerung. Aber auch da kein Vergleich zu dem, was früher mal war, völlig ruhig, der Tourismuslauf, es kommt die Tourismus-Saison, natürlich haben die Mächtigen ganz brutal die Hand drauf, aber für mich war so eine Szene am gleichen Wochenende, wo sie in London und in Paris und in Berlin und teilweise auch in Wien viel weniger auf die Straße gehen und pro Palästina demonstrieren und den Israelis den Tod wünschen, machen die Saudi-Araber ein extrem populäres Musikfestival und Tanzfestival. Und du siehst die Muslime in Saudi-Arabien tanzen, ein Tanzfestival machen, während ihre palästinensischen Brüder gerade unter Israels Bomben leiden. Ich muss ehrlich sagen, die Bilder, die ich aus den arabischen Staaten sehe, zeigen ein viel moderateres Bild als die Bilder, die ich von europäischen Städten sehe. Und ich frage mich, haben sie uns wirklich die Radikalen geschickt? Aber das Problem ist schon auch, dass auch unsere Medien, die Mainstream-Medien, eigentlich viele von diesen Bildern von den Großkundgebungen gar nicht so zeigen. Also es wurde zum Beispiel in den deutschen Fernsehsendern die Großdemonstrationen in Berlin und so nicht einmal behandelt. Da wurde gesagt, ja, es gibt halt pro Palästina-Ding, aber wie viele Leute das waren und was da los war? Ja, vor allem, wie ist da was da losgegangen ist. Es wird totgeschwiegend. Man muss unseren Zusehern sagen, viele von Ihnen wissen das nicht, die meisten von Ihnen sind nicht auf Twitter. Auf Twitter sah man im vergangenen Wochenende unfassbare Szenen aus Berlin und aus London, wo pro Palästina-Demonstranten Starbucks-Kunden, einen Starbucks in Berlin belagert haben, jeden beschimpft und bespuckt haben, der rausgekommen ist, ein Kunde von Starbucks oder in London genau mit den gleichen Parolen. Deswegen glaube ich ja, dass das mittlerweile gesteuert ist, weil wenn die gleichen Parolen am gleichen Tag in Berlin und in London rufen, dann kann mir keiner erklären, dass das nicht irgendwo international organisiert ist. Und dort gehst du mit deiner Familie in London aus dem McDonalds raus und dann wirst du beschimpft und bespuckt. Shame on you, shame on you. Es ist unfassbar. Also diese Szenen, für die muss man sich schon genieren. Und diese Szenen bringen es ja deswegen nicht, die lieben Herrschaften in den Massenmedien, in den staatlichen Massenmedien, weil sie nicht wollen, dass Rassismus entsteht, Islamophobie entsteht. In Wahrheit wollen sie nicht eingestehen, dass seit 2015 Europa den größten Fehler seiner Existenz gemacht hat und wir nicht wissen, wie wir damit fertig werden sollen. Und deswegen zeigen sie diese Bilder auch nicht, die die Leute dann im Internet... Weil sie auch Ideologen sind, nicht nur weil sie glauben, dass sie einen Fehler gemacht hat, sondern weil sie weiterhin diese Geschichte vertuschen und verbergen und jedem, der einem sagt, ja Moment einmal, sollte man ja einmal darüber nachdenken, wie das mit dieser Migration laufen wird, dass denen am Rassisten schimpfen. Diese Ideologen gibt es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen immer noch überall, die sind ja dort immer noch dominant. Und das wird sich auch aus meiner Sicht nicht so schnell ändern, außer wir haben eine politische Wende und es gibt in diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Medienstrukturen Neubesetzungen von neuen politischen Strukturen. Das ist ja alles politisch besetzt. Du gibst mir das Stichwort von dem, was ich da aufgeschrieben habe. Nämlich erstens, ich finde es ja erstaunlich, wie sich auch die Artikulation in der Politik, nicht in den Medien, in der Politik geändert hat. Anders als im Ukraine-Krieg und anders als in der Covid-Zeit und ganz anders als beim Klima, sehe ich jetzt plötzlich eine Spaltung. Die Politik spricht ganz anders als die Medien. Politik ist ganz klar auf der Seite Israels in Europa. Ganz klar gibt es niemanden, der sich da von der Linie abweicht. Die Medien sind ganz klar pro Palästina. Also dieses Zusammenspiel der gekauften Medien mit den Zuhältern mit Steuergeld, die die Tastaturflittchen, wie ich es immer genannt habe, die die kaufen, dieses Zusammenspiel existiert nicht mehr. Was interessant ist, aber meine Frage an dich ist eher, jetzt kommen wir in eine Phase, wo selbst Linke oder Grüne wie der Habeck, der sich hinstellt und groß spricht, um Gottes Willen, das dürfen wir nicht zulassen, seine eigene Partei war diejenige, die jeden reinlassen wollte, jeden reingelassen hat und jeden beschimpft hat, der gewarnt hat. Die gleichen Worte vom Habeck, ausgesprochen von einem FPÖ oder AfD-Politiker, vor fünf Jahren wäre zum Skandal hochstilisiert worden. Aber wenn es der Habeck sagt, haben wir unseren neuen Kanzler gehört, also mehr in Heuchelei geht gar nicht. Aber glaubst du, beziehungsweise was wäre dein Rezept, wie können wir denn diese Fehlentwicklung, die wir in Europa haben, realistisch tatsächlich auch umsetzen? Rausschmeißen sechs Millionen Menschen in Deutschland oder zehn Millionen Menschen? Get night. In Österreich auch nicht. Was machen wir? Die ganze Geschichte ist ja vom Herrn Kinderbuchautor, der jetzt verlangt, dass die Medien den Kinderbuchautor zinsen. Ja, genau. Er sagt, bitte zinsiert es, ich will nicht Kinderbuchautor genannt werden. Habeck, Sie sind ein Kinderbuchautor und wären Sie es nur geblieben. Das Einzige Produktive, was in seinem Leben gemacht wird. Das war ein Kinderbuchschul. Aber da gab es ja eine Anfrage an die verschiedenen Mitglieder der Regierung, wie sie denn jetzt diese Rede des Herrn Habeck umsetzen wollen politisch. Und dann war Schweigen. Dann war Schweigen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist die persönliche Meinung von Herrn Habeck, das ist halt seine Meinung, aber das geht uns nichts an. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ja, es ist unfassbar. Also, die haben überhaupt keine Absicht, irgendetwas zu hindern. Ich glaube, ich glaube. Und deswegen, ich bin wieder bei dieser politischen Änderung. Denen Leuten muss klar werden, dass egal, was sie sagen und was sie für meinen und was sie in den Medien oder alternativen Medien tun, dass das nichts ändern wird, außer wir drehen endlich diese Politik ab. Also, A, ja, voll bei dir. B, abgesehen davon, dass ich glaube, dass es viele gibt, die es aus ideologischen Gründen nicht wollen, da bin ich ganz bei dir. Die anderen, es gibt schon genug, die wollen, aber die haben einfach keinen Plan. Nimm als Beispiel, ob ich jetzt Klima den Habeck nehme, der weiß, dass seine Klimawende gescheitert ist und nicht funktioniert und der jetzt Schulden machen will, die Schuldengrenze aufheben will, damit er der Industrie einen billigen Strom liefert, weil er schuld ist, dass der Strom teuer ist, will er jetzt die Steuerzahler dazu bringen, dass sie den Strom bezahlen. Und genau das Gleiche ist jetzt mit SPD und allen anderen und auch der CDU, CSU. Sie taten ja gern, aber wie machen wir es denn praktisch? Es ist die gleiche Frage, die ich stelle an die Menschen, die Israel so hart kritisieren mit dem, was Israel jetzt im Gazastreifen macht, da frage ich immer gegen, jetzt erklär mir mal, was ist seine Alternative? Was wäre denn die Alternative? Verhandeln mit Mördern? Waffenstillstand mit Mördern? Wie willst du mit jemandem verhandeln, der dich umbringen will? Was willst du da sagen? Setzen wir uns bitte hin und reden wir miteinander, ob du mich später umbringst. Und genau das Gleiche haben, oder ein ähnliches Thema haben wir in Europa. Wir können nicht mehr, Deutschland hat 13,8 Millionen Menschen, also 13,8 Millionen Ausländer. Jetzt nehmen wir an, die Hälfte davon nur, unter Anführungszeichen, sind Muslime. Dann haben es noch, glaube ich, 22 oder 21 Millionen Menschen, die sind mit Migrationshintergrund. Nehmen wir wiederum an, nur die Hälfte davon sind Muslime. Dann hat Deutschland 10 Millionen Muslime. Und waren davon nur 5 Prozent. 25 Prozent. Aber nehmen wir mal an, 5 Prozent sind radikal. Das sind 500.000 Leute. Wie wüssten die rauskriegen? Praktisch, faktisch. Faktisch hat 270.000 Polizisten. Ja, ja. Ich glaube, die Rechnung habe ich vor 15 Jahren aufgestellt. Ja, und habe denen Leute und bin natürlich von den Gutmenschen heftigst beschimpft und dann sehr bald auf Facebook gesperrt worden. Weil ich genau diese Rechnung aufgestellt habe, habe gesagt, jetzt sind wir 250.000 Polizei, 250.000 Militär. Geht sich bald nicht mehr aus. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt ist es soweit. Und die Problematik ist aber schon die, dass natürlich viele von denen, die hier radikal auftreten, deswegen radikal auftreten, weil sie eben das Gefühl haben, dass es geht. Ja. Es gibt keine Konsequenzen. Du kannst sicher einen sehr großen Anteil von diesen Pseudo-Radikalen dadurch stoppen, indem du eben hart durchgreifst. Ja. Und sagst, hier ist die Grenze und dann ist es raus. Ich bin tausendprozentig bei dir. Und für alle müssen wir das jetzt machen, bevor es eskaliert. Ich bin tausendprozentig bei dir. Jeder, der eine Fahne schwenkt, hat im nächsten Monat keine Sozialhilfe mehr. Wer eine IS- oder Teichfahne schwenkt, hat im nächsten Monat keine Sozialhilfe mehr. Stellt er sich dazu noch hin und schreit Parolen, Hassparolen wie tot den Juden, kommt er am nächsten Tag in den Flieger und ist weg. Und seine Familie verliert die Sozialhilfe. Und andere mildere Methoden sehe ich nicht mehr. Ich sehe eine, wir können gewaltsam 5 Millionen oder 500.000 Menschen nicht deportieren. Das geht nicht. Das geht praktisch nicht. Auch wenn es noch so viele Politiker gibt, die das versprechen oder irgendwie in den Raum stellen, aber jeder Polizist, jeder Fremdenpolizist, mit dem zu sagen wird, wie soll das gehen, wie soll man das machen, dann sammeln wir einen Bürgerkrieg. Sagen wir es ganz offen. Also können wir es nur machen über das Geld. Wir können nur sagen, wir machen Exempel. Wir statuieren Exempel unter dem Titel, bestraf einen Radikal und erziehe 100. Das klingt jetzt sehr brutal, aber jetzt sagen wir Alternative. Das ist auch schwierige Quellen, wenn du schaust, wie viel Geld der Hamas zufließt, aus westlichen Quellen, finden die auch irgendwelche Quellen, um diese Leute doch irgendwie mit Geld zu versuchen. Ja, aber glaubst du, ich glaube, also... Nein, ich sehe das schon... Was wäre dein Ansatz? Ich glaube wirklich, dass man es rechtlich und polizeilich machen muss. Ich glaube, natürlich nicht alle 500.000, aber ich glaube, es sind ja nicht, es sind vielleicht 50.000, die wirklich radikal sind. Und 450.000 laufen denen mit Freude nach, weil sie sehen, dass es geht und weil sie sich dabei gut fühlen. Und was machen wir? Mit den 50.000 radikal abschieben, damit die 250.000 oder 415.000... Ja, ganz einfach progressiv, einen nach dem anderen. Ja, nicht alle 50.000 auf einmal, aber wie du richtig sagst, jeden, der auffällig wird, holst er raus, schaust ihn an, aburteilen. Und beim nächsten Tag in den Flieger. Kannst du noch sagen, pass auf, jetzt haben wir dir gesagt, wo es lang geht. Einmal noch, das nächste Mal bist du raus. Ja, also ich glaube nicht, dass es anders geht. Und warum hast du denn in diesen islamischen Ländern relativ autoritäre Strukturen? Na, warum? Ich habe dort gelebt. Ich kann dir sagen, warum. Ich weiß, wir dürfen es beide nicht sagen, weil sonst sagt es irgendwer auch. Aber es ist die Wahrheit. Und die Polizisten in Saudi-Arabien, da haben nur ganz wenige Leute Waffen getragen, weil die den eigenen Polizisten nicht trauen. Da haben nur die vorgesetzten Waffen. Ganz genau. Was haben die anderen? Gummiknüppel. Gummiknüppel, ja. Aber den setzen die ein. Ja. Und zwar nicht nur bei Demonstrationen. Ich finde, die Leute sind das gewohnt. Die sind diese Autorität gewohnt und brauchen die eigentlich auch. Und deswegen ist auch diese Amerikaner, wir bringen die Demokratie zu diesen Leuten, ist ein ziemlicher Unsinn. Die wollen die Demokratie so wie wir. Also die wollen schon mehr Rechte, aber nicht unbedingt die Demokratie, die wir haben. Und das Lustige ist ja, es entsteht ja mittlerweile die zweite Generation, die im Westen erzogen ist. Wenn du dir heute die Eliten in den arabischen Ländern anschaust und auch die Eliten in Afrika, die sagen, wir werden unsere eigene Demokratie entwickeln. Schaut eure dekadente Demokratie an. Und bei euch kann man sich das Geschlecht jede Woche einmal wechseln oder jedes Jahr einmal wechseln. Das wird es bei uns nie geben. Ihr seid ja völlig dager. Das wollen wir nicht. Wir werden unsere eigene Demokratie machen. Und wir dürfen natürlich nicht den moralischen Finger erheben und sagen, ihr müsst aber genau das so machen, wie wir es machen. Das ist diese europäische und amerikanische Üblichkeit. Aber ich wollte noch eins, weil es mich... Ja, da darf ich nur da einhacken, weil ich finde das zum Beispiel, und das ist eher was Positives, es sind ja eigentlich diese konservativen Werte, die die Moslems mit der Familie weitertragen. Das ist ja etwas, das wir auch versuchen zu erhalten. Ja, genau. So oder sollten. Ja, genau. Es eint uns. Wenn du da anschaust, wie die arabische, muslimische Familie als Einheit zueinander steht, und wie gesagt, die haben ja das Problem mit mehreren Schwiegermüttern, ich kann dir erzählen, wie es dort vorgeht. Also die haben kein leichtes Leben. Aber immerhin, für die ist Familie, hat eine extrem hohe Stelle. Ich würde das nicht negativ sehen, wenn wir das bei uns sagen, was die machen, ist richtig, weil eigentlich wollen wir ja auch mehr Kinder. Deswegen habe ich ja, wenn du dich erinnern kannst, bei einem der Kongresse, die du hier veranstaltet hast, einen riesen Wirbel auf der Bühne gehabt, weil ich genau das vom Islam weiß. Ich kenne den Islam, der uns, den konservativ-liberalen Menschen, näher ist, viel näher ist, als diese ganzen links-grün-wogen Fantasie-Lebensmodelle. Das eint uns ja. Und auf dem kann man ja aufbauen auf der Basis. Dass man darauf aufbauen kann. Ich wollte nur, Entschuldigung, das funktioniert in London auch zum Teil. Ja, eh. Wenn du da schaust, wie die dort integriert sind. Eh, eh. Ich wollte nur, Entschuldigung, lass mich nur die eine Geschichte noch erzählen, weil diese Heuchelei, die im Moment auf allen, auf vielen Seiten ist, die regt mich ja maßlos auf, beziehungsweise amüsiert sie mich auch hin und wieder. Erdogan stellt sich hin auf den Platz und ruft, wir müssen den palästinensischen Brüdern zu Hilfe kommen. Droht mit irgendwas, was er halt gern droht und die Leute schwakeln ihre Fahnen, dann gehen die gleichen Leute, demonstrieren vor der NATO-Base, vor der US-Base in der Türkei und die Erdogan-Polizei prügelt die dort weg, aber nicht nur, nicht vielleicht irgendwie, die haben sich weggeprügelt dort, während Erdogan einen Tag vorher sagt, wir müssen aber für die palästinensischen Brüder sein und hängt sich den neuen Schal um, den er da gemacht hat, prügelt am nächsten Tag seine Polizeidemonstranten von den tatsächlichen amerikanischen Waffenbasen weg. Also da ist jetzt irrsinnig viel Heuchelei dabei. Und jetzt möchte ich gern zum Thema kommen, was unsere Gesellschaft betrifft und was die Reaktion und was wir daraus lernen können, aus dem, was die letzten vier Wochen waren. Ich glaube, wir sollten viel mehr Realismus einbringen in die Diskussion. Es ist derzeit so eine Art von gegenseitig moralischem Hochschaukeln. Also ich habe da riesengroße Probleme damit, wenn jetzt plötzlich erstens einmal jeder weiß, wie es dort unten zugeht, nur weil er dort einmal auf Urlaub war. Das stört mich maßlos. Ich habe Muslime nicht nur als Mitarbeiter, als Kunden, sondern in meiner Familie und ich war halt 1981 zum ersten Mal unten. Diese Region liegt mir am Herzen, weil mir die Menschen, so wie du sagst, diese Familienwerte, diese Gastfreundschaftswerte, diese offenen Werte, die haben mir irrsinnig schon viel gut gefallen und viel besser gefallen. Ich halte lieber in der Familie zusammen, als ich mache irgendein staatliches Konstrukt, wo der Nanny-Staat auf alle aufpasst, aber ich finde, wir sollten wieder zurückkommen auf eine Art Realismus, der sagt, das ist schlimm, das ist schlimm, das müssen wir ändern, aber man muss auch gleichzeitig in jedem Satz sagen, wie soll es praktisch funktionieren. Und ich finde, das fehlt in der momentanen Diskussion am allermeisten. Der praktische Umsatz, wie soll das, was ihr fordert, alles funktionieren. Aber das ist generell ein Problem der Politik und auf der progressiven linken Seite ja ganz extrem. Da werden ja immer irgendwelche einzelnen Ziele hochgehalten. Kein Kind wird zurückgelassen und jeder Tote bei Covid ist zu viel und immer nur ganz simple Ziele und CO2 muss verhindert werden. Und es wird der gesamte Rattenschwanz der unerwünschten Nebenwirkungen oder Konsequenzen wird außer Acht gelassen. Durchwegs. Die gesamte Politik, die uns da präsentiert wird, speziell von der linken Seite, aber auch natürlich bis hinein in die Zentren und bis nach rechts hinein, wenn du da anschaust, eine Merkel, wobei die war eigentlich links, das war kein Unser Partei. Und da hat die Partei ruiniert und der Kurz hat bei uns was Ähnliches gemacht, bin ich der Meinung. Und die befassen sich alle nicht mit der Gesamtkomplexität der Situation und was sich umsetzen lässt und was überhaupt alles passieren kann. Und dass, wenn man beginnt, etwas zu tun, auch wenn man gute Ziele hat, dass man kontinuierlich eigentlich überprüft, wie wir das bei jedem Projekt machen. Wenn du da Haus baust oder wann ist Softwarebau oder wann ich eine Anlage baue oder sonst irgendwas mache, muss ich immer sagen, okay, Schritt eins, ja, funktioniert, okay, das hat nicht, von was ist das, okay, das mache ich anders. Das heißt, ich habe diese kontinuierliche Verifikation, kontinuierliche Optimierung auf das Ziel und auf das mögliche Ziel hin. Und wir sind halt jetzt im Moment, speziell in den letzten drei, vier Wochen, in einer völligen Schlagwortgesellschaft gelandet. Es ist unfassbar, jeder schmeißt irgendein klug, toll und friedlich und moralisch klingendes Wort in die Arena, hat keine Ahnung, wie er es umsetzen soll. Auf die Frage, wie wüssten das alles machen, kommt dann nur Mangelsargumenten, Aggressivität zurück und Hochschaukeln der gegenseitigen Emotionen, aber in Wahrheit muss man, wie gesagt, wieder zurückkehren zu dem Realismus. Und jetzt sind wir ja schon am Ende der Diskussion und haben uns ja vorhin vorgenommen, wir sollten auch ein bisschen lächeln angesichts der Situation. Der Realismus lautet, wir haben ja gar keine Wahl, außer eine friedliche Lösung zu machen, weil wir könnten uns ja gar nicht wehren. Für unsere Zuschauer, die die letzten Tage oder Wochen irgendwo auf Urlaub waren und nicht verfolgt haben oder auch für unsere deutschen Zuschauer am Nationalfeiertag Österreichs, der 26. Oktober, findet in Wien im Zentrum bei der Ausstellung des Bundesheers, bei der sogenannten Leistungsschau, auch immer eine große Angelobung statt. Es ist ja ganz toll, tausend Mann im Gleichschritt und ruht und es macht einmal Wuff, kann kein Mensch sagen, dass ihm da nicht die Ganselhaut runterrinnt und wenn halt die Mütter stolz sind wie ihre stolzen Buben dort stehen und in Uniform und Reihe und Glied angelobt werden, dann ist das so etwas wie ein ganz kurzer Moment des Stolzes, den wir uns erlauben auf unser eigenes Land. Und dann fliegen bei 16 Grad Außentemperaturen 10%, 10% der angeblich werttauglichen jungen Männer um, weil es zwei Stunden stehen müssen. Wir könnten uns ja gar nicht mehr wehren. Wir fliegen ja eben schon im Stehen um. Aber ist das nicht ein trauriges Sittenbild? Ich meine, ich habe dann am Tag danach mit meiner Tochter telefoniert, die mir als Volksschullehrerin bestätigt hat, dass mindestens 40% ihrer zweiten Klasse Volksschule nicht mehr über eine ganz normale Obstkiste, wo du die Marillen transportierst, die kippt sie um und lässt die Kinder drüber springen. Das schafft fast die Hälfte der Kinder nicht mehr. Und das geht dann sofort. Ist das nicht traurig? Ja, aber es ist ganz generell ein Problem. Das ist ja auch ein Thema, ganz generell, wenn du dir anschaust, also wie ich noch Grundwehrdienst gemacht habe. Das ist ziemlich heftig zugegangen. Es sind auch ein paar umgefallen, aber nach fünf Stunden Marsch. Mit 30 Kilogramm Gepäck. Und das sind aber noch die tauglichen. Jetzt musst du dir vorstellen, es sind mittlerweile über 25% nicht tauglich. Die kommen nicht einmal dazu, dass zwei Stunden stehen. Wir sollten vielleicht an unserer Wehrfähigkeit wieder arbeiten, weil wir sind nicht mehr wehrfähig, und zwar im buchstäblichen Sinn. Ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir da haben. Das beginnt natürlich schon bei der gesamten sportlichen Ausbildung. Auf der einen Seite geht natürlich weiter bei diesem total verhackten Fokus auf irgendwelche digitalen Medien, dass die immer nur dort sitzen und in irgendein Kastl schauen und nicht einmal mehr rausgehen. Und die Eltern auch mittlerweile eigentlich den großen Fehler machen, dass aus Sicherheitsgründen es ihnen lieber ist, wenn die Kinder für einen Kastl sitzen, als am Spielplatz sind. Ja, es ist eine traurige Geschichte. Wir haben nämlich etwas gemacht, was sehr gut angekommen ist. Am Anfang nicht bei den Kindern, aber wir haben mit den Kindern einen Digitalfasten gemacht. Also ohne das Kastl. Drei Wochen lang keine Geräte, worauf die Kinder gemeint haben, okay, machen wir, aber dann trägt ihr drei Wochen keinen Alkohol. Okay, vergessen wir es wieder. Okay, vergessen wir, machen wir es wieder. Wir haben es brav durchgezogen. Also bravo. 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 Gut gemacht. Ja, weil wenn, wenn müssen wir schon machen. Zum Schluss, Glück schon vorbei. Zum Schluss, Conclusio, wagen wir einen Blick, wagen wir es, vier Wochen in die Zukunft zu schauen. Was ist deine Einschätzung? Wenn wir in vier Wochen den Nahen Osten spezial machen, wird sich... Wieso machen wir es erst in vier Wochen? Schaffen wir es nicht. Wir sollten auch andere Themen, gibt es ja auch noch. Achso, du meinst, wir machen in vier Wochen wieder ein Thema, das Thema ist recht. Nein, wir machen einen Rückblick und schauen in vier Wochen, was ist in vier Wochen. Wir machen vorher schon ein Fünf mal Fünf. Na sicher, entschuldige bitte unsere süchtigen Zuschauer. Wir haben schon gedacht, vier Wochen Pause. Um Gottes Willen, nein, es gibt so eine Latte, was ich gerne alles besprechen müsste, oder was wir besprechen müssten, was aktuelle Probleme sind. Aber jetzt zum Schluss unseres Nahost-Spezials, was ist dein Bauchgefühl? Wie geht es weiter? Ja, ich bin immer noch nicht ganz beruhigt, dass die Dinge, die da seit vielen, vielen Monaten, seit sechs Monaten laufen, mit militärischen Vorbereitungen in verschiedenen Gegenden, die wirtschaftlichen Probleme, die auf uns zukommen, die Unklarheiten, was die ganzen Intentionen sind, weil ich kaum jemandem bei dem, was er sagt, vertraue. Muss ich sagen, da bin ich mittlerweile in einer Situation, wo ich sage, okay, habe ich gehört, allein mir fehlt der Glaube, ist mein Standardspruch eigentlich. ich hoffe, dass du recht hast, dass dein Gefühl, dass sich das beruhigt, dass das hinhaut. Wie gesagt, bei der Ukraine war es ja so, dass sich das nicht dorthin entwickelt hat, wo ich befürchtet habe. Ist das jetzt nur, weil das geschwankt ist, oder ist das jetzt eine andere Situation? Ich kann es auch nicht sagen. Nein, es ist nur realistisch. Die Ukraine war einfach nur so. Ich bin schlicht und einfach nicht sicher, dass wir ausreichend wissen. Und mein flaues Gefühl, dass da noch etwas auf uns zukommt, ist noch nicht ganz weg. Gut, dann spiele ich, dann exponiere ich mich. Und je weiter man sich exponiert, desto leichter kann man einfahren. Aber ich bin ja Kritik gewohnt, mittlerweile. Ich glaube, die Hamas hat sich verkalkuliert. Ich glaube, dass Israel im Gazastreifen noch monatelang vor Ort kämpfen wird, einen sehr mühsamen Kampf ausführen wird. Aber ich glaube, dass es ein lokaler Konflikt bleibt. Ich glaube, dass es schon längst ausgemacht ist, dass die Hamas ausgelöscht wird durch die Israelis. Ich glaube, dass die anderen stillhalten. Ich glaube, dass die Verdacht, dass die anderen palästinensischen Organisationen begriffen haben, dass das jetzt der falsche Weg war. Ich glaube, dass das so weit eskaliert ist, dass das Pendel jetzt wieder richtig zurückschlägt in echte Friedensverhandlungen. Ich glaube, dass die Abrams-Verträge nicht tot sind, sondern ganz im Gegenteil, jetzt erst recht mit Leben erfüllt werden, weil sie wieder so knapp waren. Die Menschheit erfängt sie immer dann, wenn sie so knapp davor war, dass sie sich selber in irgendein Riesenschlamassel reinbringt. Und ich glaube, dass es dort unten in einem lokalen, schrecklichen, aber doch lokal begrenzten Konflikt endet, die Hamas weg ist, die Verdacht übernimmt, es tatsächlich im Nahen Osten einen großen Schritt danach Richtung Frieden gibt. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass wir keine echte Eskalation international sehen werden. Also das ist Frieden, Frieden im Nahen Osten, glaube ich, würde es erst geben nach einer politischen Änderung in den USA. Ich befürchte, dass die Biden-Administration oder eine weitere Demokrat-Administration das nicht kann, das nicht will, das nicht durchsetzt. Du magst recht haben, ich bin aber aus innenpolitischen Gründen der USA davon überzeugt, dass die Demokraten, die derzeit das Ruder haben, ganz andere Probleme haben. Die müssen Biden im Jänner loswerden und dann müssen schauen, dass Gavin Newsom der einzige Kandidat der weit und breit in Sicht wäre, dass der möglicherweise sich da... Der war auch schon beim Ski. Der wollte sich schon vorstellen beim Ski. Der hat schon die ersten Claims abgesteckt und der wollte sich schon vorstellen. Also deswegen bin ich da nicht deiner Meinung, sondern ich glaube, es wird nichts eskalieren. Aber ich glaube einfach, dass der Frieden im Nahen Osten, so wie immer und überall, damit anfängt, dass Menschen draufkommen, dass sie, wenn sie miteinander in Frieden leben und arbeiten, alle miteinander ein besseres Leben haben. Dazu ist es aber wirklich notwendig und das ist meine Hoffnung, dass genau diese Barbarei der Hamas dazu führt, dass eine moderate muslimische Linie wieder mehr in Mode kommt, weil viele Menschen auch Muslime gesehen haben, dass das, was passiert ist, nie mehr wieder passieren darf. Und mein Schlusswort ist, ich kenne sehr viele Muslime und ich habe eigentlich noch keinen Muslim getroffen, der nicht die Barbarei vom 7. Oktober ohne Wenn und Aber auch als anti-islamisch, als gegen die Regeln ihres Glaubens sieht. Und ich bin eigentlich, und das ist mein allerletzter Satz, entsetzt, dass ich bei Muslimen, die weniger hören, ich verurteile diese Taten, aber, als ich es bei Europäern, Österreichern, Deutschen, Amerikanern höre, da höre ich, ich verurteile die Taten der Hamas, aber, und das höre ich bei den Muslimen nicht und das macht mich nicht gerade stolz auf das, was gerade abgeht. Aber insgesamt bin ich sehr positiv. Schauen wir mal, ob man in vier Wochen anders... den Wort im Gehörgang da oben, weil den Frieden wollen wir eigentlich nicht, den derzeitigen Weltfrieden wollen wir eigentlich nicht. Genau. Liebe Zuschauer, nächste Woche kriegt es wieder ein normales 5x5, weil sonst müssen wir 10x10 machen, weil sich so viel angestaut hat. Ja. Ich glaube, wir werden nächste Woche die 5x5 lokal, international machen müssen, weil sonst müssen wir 10x10 machen. Genug Themen. Ja. Danke. Danke dir. Herzlichen Dank, liebe Zuseher, für ein Nahost-Spezial, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal bei ThinkMutte. Auf Wiedersehen.